Das Haus der 101 Dalmatiner. Nur im Disney Channel. Oh ja, das ist gut. Oh, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Oh, ah, das ist die richtige Stelle. Dolly Dalmatinerin! Ihr drei, Schluss jetzt! Dylan! Lass mich raten. Sie hat sich ohne Genehmigung gekratzt. Du wirst dich um die Patientin kümmern, während ich arbeiten bin. Was? Keine Sorge, ich pass auf, dass sie den Trichter trägt und nicht kratzt. Bro, bitte hab ein Herz. Nur ein ganz klitzekleines, kleines... Kratzerchen? Lass mich mal überlegen. Nein. Oh. Mir ist so langweilig. Spiel doch einfach. Ich sehe was, was du nicht siehst. Oder zähl bis zu einer Billion. Okay, so langweilig ist mir nicht. Hör zu, ich habe ein Herz. Deshalb verböne ich dich jetzt mit... ...einer herrlichen Runde kratzen. Einen Blick durchs Teleskop. Toll. Ich Glückspilz. Hey, keine Pfotenabdrücke auf der Linse. Keine Pfotenabdrücke auf der... ...wieso redet Clarissa sich so auf? Oh, Konstantin. Elegan, wie er seinen Po abschlägt. Dieser Spinner. Okay, ich habe noch was zu erledigen. Hä? Das ist ja seltsam. Dylan! Was? Das musst du dir ansehen. Das ist echt irre. Clarissa bringt den Müll raus. Wow, das hat sie doch noch nie gemacht. Eigentlich lässt sie doch so was von Hugo machen. Ja, da hast du recht. Wo ist Hugo? Und ist das... Seine Lieblings-Teekanne? Dylan! Gute Nachtgeschichte! Wo bleibst du? Huch, ich muss die Welpen ins Bett bringen. Dylan, Dylan, Dylan! Was ist denn jetzt? Sieh dir das an, meinst du vielleicht, dass Hugo etwas passiert ist? Nein, Clarissa würde doch umheulen, wenn ihr Mensch weg wäre. Es sei denn, sie ist das, was passiert ist. Kann es sein, dass der die Hitze nicht bekommt? Na...